hat da wer eternal gesagt? ich glaub ja nicht so ne? sooo eternal ach so siehste ich sorg mal sicher selber vor ist ja draußen schon wieder sonne am aufgehen so so easy was für ein schöner Tag gedacht zu spazieren würde auf welche sind vielleicht explodieren na wer kennt das? hä 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 kennt überhaupt noch jemand aus der F-Movies? wobei doch, muss ich das ja wieder kennen aus der F-Movies waren es war eher so meine Zeit das war damals wow 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 hallo alle römer weg ja 5 minuten 380 grad hat so nichts funktioniert der typ ist gar was? oh god da oben so kack Ding dros äh krieg mich nicht danke lol ich hatte schon erst zuerst und wollte hier schon so stehen aber er hat es tatsächlich geschafft nice was ist noch einer? warum schießt du auf die kiste? so ach da war noch einer ok dass wir hier rumgucken ob wir noch irgendwo irgendwo sind gut da speichern wir erstmal das dass wir diesen Arzweiler weg haben bezeichne ich schon mal als legitimen Erfolg um zu speichern ach nö ne wow hat sogar funktioniert geil ähm ich würde dich trotzdem erstmal hier lassen weil äh die wege hier sind sehr verschachtelt ne ach was komm mit ah ja ist ja gut okay er hilft mir zumindest bei Munition sparen das muss man schon mal so sagen wie es ist ne was? was? gut die kommen wir schon mal nicht weiter gut die kommen wir schon mal nicht weiter 9 5 8 9 9 9 9 11 9 10 12 11 Pika Oh, die kam an, du ist. Haha. Neck. Ich habe so glücklich, aber wenn ich mich aufstehen werde, ich werde schießen. Oh. 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 Sollen wir ihm jetzt zuhören und dann lagert er so eine Scheiße, ganz ehrlich. Hä? So eine Map hier wäre auch geil für Realism Tactical Mode, wenn du einfach wirklich zu kreativ, äh, kreativ, äh, halt so taktisch vorgehen musst. Gefällt mir. So eine Maps habe ich am liebsten. Was? Was? Was man? Oh. Oh. Also war es nicht. Ich habe es nicht munitioniert, oder was? Oh, gut. Fuck off. Entschuldigung. Das ist kein Secret? Wollt ich mich verarschen? Händ mich doch. Dankeschön. So, erstmal positionieren. Okay, easy. Entschuldigung, viel Zweck weg. So. Okay. Vielleicht schon gleich viel besser. Jetzt sind wir wieder am Anfang, kann doch sein? Ja, wir sind wieder am Anfang. Okay, dann geht nochmal in die andere Richtung. Hä? Ist ja alles einfach so selber. Nice. Ja, das war dumm. Das tut doch weh. Oh. Da haben wir schon mal Kacko-Demon. Okay, das war das, was wir grad waren. Okay, das war das, was wir grad waren. Ach nee. Ein Penny Elemental. Äh. Äh. Ihr kriegt einen Ständer, wollt ich grad sagen. Da hinten ist noch unerforscht. Ähm. Na du. Äh. Da so. Die Frage ist, kommen wir da schon hin? Ne, ne? Ne komm, wir gehen erstmal dahin, wo die ganzen Pain Elemental und Lost Souls und so sind. Äh, da halt. Ah, hier. Okay. Ja. Ähm. Schieß sie ab. Los, schieß sie ab. Du stehst doch da, Junge. Schieß sie ab. Du gottverdobter Hurensohn. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen hier Rambo spielen. Ersthaft. Oh, da leck ich mich doch am Arsch. Ne, das ist ja richtig, hey. Aids hier. Wow. Da wollte ich mal Rambo spielen und dann spielt ich wieder hier. Hä? Hallo? Kannst du denn, dass da so eine transparente Wand zwischen ist, oder was? Oh komm, leck mich, Alter. Das würde doch auch klären, warum wir nicht runterkommen. Ja, da ist eine Wand zwischen. Wow. Oh. Noch mehr hier? Oh, unser Freund ist auch tot, oder? Ah ne, doch, Alter. Dachte schon. Ähm. Wow. Der ist ein Schalter. Und was auch immer der jetzt gemacht hat. Was? Och nö. Hä? Was war das? Was war das? Oh. Du Typ, komm mal her. Das ist bestimmt ne Falle. Ja, war doch klar. Noch einer? Oh, danke. Äh, doch. Mehr nicht. Also bloß ne Falle. Schade. So, was war hier? Ach, oh, noch einer. Ach, leck mich doch am Arsch. Gibt es noch mehr, was man hier machen kann, oder so? Oh. Oh. Nice. Schade. War das hier nur für ne Tür, oder sowas? Oder? Wiege nicht. Okay, wahrscheinlich nicht. Na dann, äh, komm du mal wieder mit. Wir haben grad mal das Hinterbild der Gegner erledigt? Das tut mir lange mit. Das heißt, jetzt schon. Oh Gott. Ach ja, siehste. Ich weiß grad gar nicht, ähm, ob ich hier, ja, war nämlich klar, das muss man nämlich pro Savegame machen. So. Ah. Ja, an sowas erinnert man sich immer. Hä? Och nö. Eine zeitgestaltete Tür. Was? Du hast übersehen? Ne. Die war grad empfohlen die Schrift. Egal. Oh. 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 Wo jetzt? Oh. Ich hab doch grad geguckt, Alter, willst du mich verarschen? Boah, ey. Ich wollte schon sagen, die sind gut aufgestellt. Wo jetzt? Da. Hä? Ja, wo denn? Ich geh kacken heute, ich hab verpackt mehr. Was ist denn da? Auf der ganzen Hütte? Ach, Elektro-Stock. Oh Mann, Alter. Oh! Das ist aber lieb. Äh, halt. Die, bitte. Ach, nö. Okay, Junge, mitkommen. Mitkommen. Du, hierbleiben. Ich muss da jemanden erledigen. Oh, nö. Danke dafür. Vor allem, wie hat der endlich schon in die Kiste gepasst? Gut. Du, hierbleiben. Du schickst auf schnafel, nö. Gut. Ist das nicht genauso. Gut. Das ist Hütte. Das ist nur noch, sehr gut. Gut. Was ist denn der Scheiß Pinky? Ich höre doch die ganze Zeit. Jetzt gehen wir hier rein. Das hier wollte ich machen, DAS DAS Was? Alter, hier sind so viele Fallen. Boah, wer macht denn sowas? Genau, hier kommen wir nicht. Oh oh. Nein, nicht Nahkampf, Junge. Alle die gehen. Du Idiot. Ich werde das machen. Danke meine Freunde, du bist nicht umsonst gestorben. Dank dir habe ich eine Plasma. Thanks. Oh Gott. Das ist gut jetzt. Das ist gut jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und wieder kommt. Das ist gut. Ich werde das mal bemer water. Das ist gut, aber das ist schön. Aber das ist gut. Ich werde das mal produzieren. Das ist gut. Ich mache das mal. Oh, my God. Ach da oben! Leck mich doch am Arsch, Alter, wir sollen nicht darauf kommen. Hier ist das Spiel, ne? Ist das noch mehr, oder was? Ja, das ist noch meiner. Na ja. Äh, ok. Backpack! Wobei, brauchen wir jetzt halt gar nicht. Ok, hier kann man hoch. Meine Güte, wir sind aber gerade schon am Wappen. Ok, dann gehen wir hier mal hoch. Wir wollen immer. Aha, die Güte war fällig. Und sowas von ne Falle. Es geht immer höher. Ähm. Ok. Das ist aber kein offizieller Weg. Ach, hier drüber. Aha. Aha. Ach so, hier ist auch die Rüstung. Die brauchen wir aber noch nicht. Kann man was aufmachen? Ne, kann man nicht. Nein. Man, Alter. Nicht mal speichern wollen vorher. Soll ich wieder hochklettern. Weil das Blitz im Boulder ist schon an einer ganz schönen, ähm, auffälligen Position. Da, das da. Ich will nicht mehr. Kann man da echt nicht rein, oder? Ja. Okay, lecke ich einfach nicht zu blöd. Oh Gott. Ne, kann man echt nicht rein. Na gut. Dann lassen wir das. Ach so. So. Auf jeden Fall haben wir hier ne schöne Tögerlein. Sollt ihr die überqueren. Gibt's Krieg? Och, leck mich doch. Ach, da oben ist auch noch... Oh, Alter. Wollt ihr mich verarschen, ey. Oh, Mann. Warum so viel? Da oben kommt einer. Ach, hier kann man. Wow. Weißt du, ich seh den Blitz, sieh aber hier sowas nicht. Ist ja auch mal wieder peinlich. Danke. Danke. Ach, Mann, Alter. Boah. Boah. Alter, leck mich doch. Boah. Easy. Meine Güte. Okay. Ähm. Was? Was? Oh, Alter. Das Spiel, ne? Ich glaub, das mag mich nicht. Ne? Also ich denk mal, das Spiel, äh, ne? Ist so... Ne? Er so in der Richtung mit, äh... Fick dich doch. Kann ich irgendwie näher an den Rand kommen oder so? Wie wär's hier mit? Ne. Gut, zuallererst erledigt die Typen da hinten. Ah. Sehr schön. Gefahrenquelle Nummer eins ausgeschaltet. Nein! Boah, Alter, Mann. Diese ganzen Kartons, ey. Ja, leck mich doch am Arsch. Nein! Ey, ich versuch die ganze Zeit Zeit in diese scheiß Lücke da reinzukommen. In die hier, aber ich triff die immer nicht. Was ist denn hier los? Na komm, leck mich. So, Feierabend hier, Alter. Wenn die... Äh... Da schon. Wenn die defensive Art nicht klappt, dann halt in die Offensive. Offensive. Wie? Falsch. In die Offensive. Boah, Alter. Schon drei Arschweils. Kann ja noch heftig werden. Das ist keine echt noch, äh, ne? Also, ne? Also, ist schon, ne? Ist schon. Ist schon. So, wir haben jetzt roten Dingsabomster bekommen. Haben wir irgendwas Rotes? Ne, ne? Ah, ne, ja. Okay, mal gucken. Geht die überhaupt weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Ja, auch nicht. Ähm... Weißt du? Ich dachte, ich kann in dieser Web schon taktisch spielen. So, weil man Rosierer hat, die man sichern kann. Ha? Und dann kommt die Map. Ne, ist nicht so. Ich spawn einfach mal 50 Gegner. Das ist doch behindert, ey. Wer findet denn so Dreck? Wir haben die Linken, was für die Bremse geht. Trabbt an. Kommt natürlich nicht. So, Fanfrage werde ich die da oben. Abnimmfen gar nicht. Oh, äh. Oh, Mann, Alter, wir sind nicht in die Warte. Und ich höre immer noch ein Pinky. Und da war er auch schon. Wo kann der denn her? Ach, verliert er natürlich auch noch. Ja, klar. Hallo, hallo, hi. Oh mein Gott. Oh. Na doch, kann ich nicht. Also Doom Eternal wird wahrscheinlich doch wesentlich schwerer, als ich gehofft hatte. Ähm, ja. Oh. Hm. Ach, hier ist unser Startpunkt. Geilo! Mach du! Ähm... Dann versuchen wir jetzt mal in... Ähm... Hä? Nee, geht's nicht weiter. Ich versuch grad... Ähm... Oh Gott, kann man gar nicht zeigen. Da nach oben zu kommen. Ach so, das ist das Ding hier. Ah. Okay. Nevermind. Da kommen wir hier also sowieso erstmal nicht weiter. Oh! Ähm... Wobei halt... Glaub, das kann ich nicht gebrauchen. Nein. Noch nicht. Aber wenn das hier aufgetaucht ist, dann wird hier wahrscheinlich auch wieder Gegner aufgetaucht. Ich hasse das Spiel. Hier waren wir bereits. Was? Genau. Das war der zweite... Das war der zweite Raum. Ja. Wieder neue Gegner. War doch klar. Noch mehr Gegner aufgetaucht? Oh, leck mich doch. Ihr wollt euch doch verarschen. Was? Da ist auch noch? Boah. Warum sind hier so viele Gegner? Wurde. Ich hab doch hier welche gehört. Bevor ich mich die Kürmer machen lasse... Ja, jetzt bin ich hier rum. Links ist links und rechts ist rechts. Okay. Okay. Ach. Okay. Man bräuchte 5.1 Kopfhörer. Wo denn? Komm, mir geht die Kürmer auf. Ich bin hier gerade mal richtig mit Wägepumpen. Und dann sind die Kürmer der Kürmer der Kürmer. Einfach, weil die Map so verwürfelt zu sein scheint, dass sich das einfach mal lohnt. So, was wäre jetzt hier? Hier ist eine Tür. Okay. Oh Gott. Äh, danke, dafür? Der rote Tür. Oh Gott. Ja, klar. Ich war natürlich in einem Spot, wo ich nicht ausweichen kann. Das war logisch. Oh, no. Hallo? Feierabend hier. Oh, doch nicht. Jäger. Kanalisation hier. Oh, 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 oh Ich würde mal sagen, ich mache hier an der Stelle erstmal einen Break. Die Folge wird definitiv viel zu lang. Ja, in dem Sinne, das ist mein erster Zweiteiler. Andererseits, ich meine, wir spielen jetzt etwas länger als eine halbe Stunde. Vielleicht mache ich jetzt einfach nur wieder als übelst lange Folgen. Nee, 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 machen wir aber nicht. Ich gehe mal hier zum Ausgangspunkt. So, hier kamen wir rein und dann würde ich mal sagen, wir sprechen über das Ganze. Und ich mache dann jetzt erstmal Feierabend und die Folge wird erhalten Zweiteiler. Ach, Emination. Allemann. Und dann schauen Sie mal vor uns.